Mahlzeit zusammen! Mahlzeit! Wir tanzen uns ins nächste Level! Oh Gott. Hauptsache du singst nicht wieder. Nein, nein. Ich muss erstmal üben. Es sieht komisch aus. Wir haben hier wichtige Missionen zur Erledigung. Er tanzt hier rum, ey. Du musst Spaß dabei haben. Das sind todernste Sachen hier. Was haben wir denn heute für eine Aufgabe hier? Irgendeine Mission. Wahrscheinlich wieder Tasche klauen. Ja, du gehst jedoch. Ja, aber ich konnte ja immer nur die gleiche nehmen. Erst ab Level 4 können wir eine neue nehmen. Okay, dann hoffen wir, dass wir in der nächsten Folge eine neue nehmen können. Ja. Also hocken soll wohl doch ganz toll sein. Stand da gerade. So. Kracher. Und eine Blendgranate. Ja, roll. Plakate einsammeln. Plakate müssen wir. Müll zu finden. Okay. Das sollten wir doch hinkriegen, oder? Ja, einen Mülltonnen kriecher, ey. Ja, so als Seven Days erfahrene Leute. Ja. Hier ist auch Müll. Ach komm, ey. Mein ist wieder zu fett hier. Ja, mein aber auch. So. Wir haben gelernt. Wir schleichen. Dauert zwar alles ein bisschen länger. Ja, gibt XXL. Das kennen wir doch schon. Hm. Hm. 15 Meter. Da ist eine Drohne. Sagen die aber zuletzt. Ja, die fliegt über die ganze Straße. Scheiße. Ja, das sehe ich jetzt auch so. Das war aber schlecht, ey. Hat er, hat er, hat er. Die Drohne. Ne, nicht die Drohne. Das Plakat hat er. Ne, die Drohne kommt. Aber, dachte ich, sah es so aus. Das ist einmalig die ganze Straße, ey. Ja, ich würde sagen, du links, ich rechts. Und dann, äh, marschieren wir ja mal durch, oder? Ja, wir versuchen das. Okay. Wenn das jetzt wirklich so leicht ist, dann, äh. Ja, ich bin schon. Hey, guck an das. Wie sie sehen. Hä? Was denn? Ja. Boah. Wir haben alle. Ach nein, nicht im Labyrinth aufhängen. Ist aber ganz schlecht. Ich hab wieder ein Poster gekriegt. Wie soll ich denn jetzt hier wieder rauskommen? Ich bin gefangen zwischen zwei Drohnen. Oh, hier ist ein, äh, komischer Mensch. Mensch. Oh, oh, der kommt. Äh, mach doch die Tür zu. Nicht, dass da noch einer reinkommt und die entdeckt. Ja. Ja. Und jetzt schnell hier rein. Wieso? Du weißt, wie lange ich dafür brauche immer. Ja, range mode incoming. Ja. Aber man kann einfach rein springen. Und ich krampfe wieder ab, ey. Bist du schon hier? Ist hier. Ach da. Ey, das ist aber langweilig, wenn du keinen range mode hast. Ja, ich bin doch gerade die ganze Zeit wie so ein Idiot. Da hab ich versucht zu klettern. Seid nicht, hier ist eine Drohne unten. Wahrscheinlich nicht nur eine. Aber ich hab ne Blendgranate. Hab ich sogar zwei. Irgendwie hab ich mein Pfeil verschossen. Warum auch immer. In der Panik. Wie viele Plakate da. Boah. Ey, diesmal ist da oben keine Kiste. Das ist ja Beschiss. Da hinten läuft einer. Na, hier unten. Scheiße. Pst. Warte, ich werfe Kracher. Oh, die falsche Richtung, oder? Hoffentlich. Das soll er dann nach da hinten hin. Ich wollte ihn erstmal ablenken. Aua. Ey, der hat mich. Tatsache. Was war das? Boah, scheiße, ich bin gleich tot. Hey. Come shake my head. Ey. Ey. Boah, da kommt schon wieder welche. Ach, du musst auch noch gedrückt halten. Ach du Scheiße. Mhm. Ganz schlechte Idee. Oh. Alter, ich bin der tot. Wer war die Sider? Scheiße. Alter. Da sind mehrere. Ja, nicht. Ich hänge. Ich hänge. Ja, das war's wieder. Mann, ey. Ja, der Wind, ey. Ja, warte, ich versuche die gleich zu holen. Oh, super. Jetzt kommt der auch noch hier hin, ey. Warum geht der denn da oben, ey? Jetzt geht die auch nur nach oben, ey. Ey, wohin geht die denn? Ey, die geht nach oben wieder raus. Was? Was war das? Oh, scheiße. Ach, kacke. Jetzt hat der mich auch noch, ey. Ja. Klassiker. Toll. Zwei Energieregel, ey. Ey, wie ich hier rumrenne, ne? Puh. Warte, ich muss mich mal eben hier verbinden. Ich dachte, ich finde jetzt mal einen Pfeil oder so. Wo bist du? Wieso lauf du durch so eine Wohnung? Das war schlecht. Komplett irre. Ach, ne, da ist einer. Ach, scheiße. Kann ich mich doch mal gerne haben, ey. Das ist auch noch die falsche Wohnung. Ja, super. Ey, wie das war kackt. Ja. Das ist echt schwer, ey. Also im Moment haben wir mit dem Verkacken alles. Das ist echt nicht einfach. Ne. Ey, wir versuchen da mal eine andere Mission. Haben wir eine andere noch? Ne, wir gucken mal, ob wir eine andere kriegen. Oh. Falsche Richtung. Warte, mit den sechs Plakaten. Da ist ja schon heftig. Also da... Echt nicht schön. Wird ja wahrscheinlich irgendwie random sein, was wir kriegen, oder? Ja. Ich hoffe. Ich auch. Muss jetzt erstmal wechseln auf Drohne, weil sonst... Verschieße ich gleich wieder meinen Pfeil. Ja. Ich dachte, wir müssen jetzt nur die Plakate einsammeln, Alter. Ja, das wär... wär noch... Das war easy. Kryptogramme. Ja. Ja. Ja, wieder genauso sein. Wieder. Okay. Ach, ich hab nen Verband. Ja, hab ich auch. Aber mehr war da nicht drin, ne? Nur eine Sache. Ja. Oh, die sind unten, oder? Ja. Oh, super. Ach, läuft. Ich komme sofort ins Labyrinth da unten, ne? Ja. Baum. Lauf, Forrest, lauf. Mein erster Bonusbeweis. So, und hier haben wir den zweiten. Ach, da ist einer. Hey, da. Da ist einer. Bleib draußen. Wir müssen von der anderen Seite da irgendwie ran. Boah. Ja. Jetzt musst du die Tür zu machen. Boah, was macht der denn? Ich wollte schon hoch gehen. Er geht wieder raus. Was? Siehste? Wo ist ich? Warte. 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 Wir müssen uns weiter. Ich bin gleich schon da. Ich bin gleich schon da. Och ne, jetzt kommt der hier oder was? Ne. Ne, wir haben Glück. So. Ne, so weit weg, ey. 60 Meter. Boah. Und da unten ist schon wieder so ein Freak. Hm. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Das sind sogar zwei. Drei. Drei. Ja, das ist wieder... Ich hab zweimal... Ne, einmal hab ich Bauschaum. Ja, Bauschaum hab ich auch. Der denn da? Der schweißt. Ja, geil. Ich hab eine Armbrust. Die schweißen da zu zweit, hör mal. Vielleicht sind die so abgelenkt. Ja, und der läuft da rum. Ja, ich geh schon mal ohne. Ja, ich komm mit, die können ja nur einen kriegen, ne? Weiß ich nicht, ob die sich aufteilen. Meiner geht Kopf über die Leiter runter, das ist auch geil. Ja, meiner auch. Was ist denn der? In der Ecke links. Ganz links in der Ecke ist auch noch einer. Ist ja mal nix, ne? Ist ja mal nix, ne? Ist ja mal nix, ne? Aber ist halt laut. Da kommt einer. Da kommt einer. Uff. Entweder eine Kackstift in die Hose. Ja. Oh, oder was? Scheint so. Boah, Alter. Nö. Hier ist es vorbei. Ja, dann kommen wir da runter. Wir müssen an dem einen vorbei. Oder ist das hier? Kann man hier rumgehen? Nö. Meiner geht der Kopf. So eine Box. Meiner geht der Kopf über da runter, ey. Ja, und hier müssen wir vorbei an dem. Ich habe noch einen Betäubungsfall. Der kommt, der kommt. Und hier rein, oder? Nein, ist der nicht. Ich hoffe. Oh, wer hat mich denn jetzt hier? Ey! Ich bin weg. Ich bin verletzt. Was sind die Sachen? Hier ist was. Nein, habe ich. Was ist das? Nein, ich bin weg. 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 oh was die tür ging auf er kommt habe ich aus aber wo weiß ich nicht er fällt hier runter nein wo bin ich hier nein das kann nicht wahr sein ach komm ey das ist doch nicht zu schaffen ja das war wieder ein satz mit x so nahe wieder dran viel zu wenig inventar um zu überleben vor allem wenn die dann 20 gegner rein tja können uns ja ruhig mal wieder was leichtes geben hier ein erfolg brauche auf jeden fall heute ja ist schon schön ich überlege gerade auch ob ich nicht über den den schocker mitnehmen ja mit dem anderen habe ich nur ein pfeil abhörwanzen aufheben ja super boah das wird ja auch wieder witzig finde das fahrrad müssen wir erstmal ein fahrrad finden oder was ja und dann seine pakete einsammeln und dann wahrscheinlich nur ausliefern was einspiegelt was einspiegelt erst mal lage checken aber unterfordern wäre der auch blöd das stimmt die könnten aber trotzdem ruhig mal so ein paar kisten hinstellen mal wieder zufällig da aber da alles voller drohen da hinten also ein zufall hier hier ist eine kiste die triche ja So, wo ist das Parat? Oh, die Drohnen, Anna, die in der Luft Zwei Drohnen Oh, ich wurde entdeckt Ja, ich auch Da ist noch einer, auch super Da ist das Fahrrad Hab ich Boah, ich bin in dem Haus drin Hier sind wieder Plakate Scheiße Oh, hier sind überall welche Er hat mich Warum diese Ausdauer, Anna, die ist ja so schlecht Ja Ach, da hinten ist auch einer Komm nicht in den Garten, wo der Ganz schlechte Idee So, jetzt müssen wir vier Oh, da ist schon der nächste wieder Oh, da kommt einer Ja Und da vorne kommt auch einer Oh, super Schon wieder sehr, äh Bin gerade sneaky unterwegs Muss jetzt auch noch in die Häuser rein Scheint so Ja, müssen wir abhören, ne? Geil Und ich hab den einen Dietrich schon verschwendet, ey Ich hab noch zwei Neun Meter Irgendwie ist es in die im Haus, Anna Die Treppe Ja, links Super Ist der oben? Weiß ich nicht Also der, die Der Ort Ja Oder ist er hinter dir Ja, ich weiß Aber wenn du weiterschleißt, geht das Aber hier ist keine Treppe Hier Hä? Kommt in die Garage Oh, oh Ah Da Da Ist da einer? Hm Let her guide you home Können wir nicht durch ein Fenster springen? Weiß ich nicht Ja Und nochmal pipi muss, ne? Mhm Geh nochmal Wir können ja nur durchs Fenster, ne? Wo? Hier Echt? Warte Ja Stöhne auch nicht so laut Da hinten ist noch ein Bonusbeweis Hm, ich guck mal den Eins? Ach nee, war die letzte ohne Wohl Boah Drei Stück noch Ich hab nur neue Elektrostockern, ich hab nix anderes, ey Ich hab noch so ein Stolperdraht und ein Pfeil Und ein Betäubungspfeil, hab ich auch noch Ein bisschen was hab ich noch Oh, nur noch einen Dietrich, also Ich werd jetzt nur noch, äh, in der Hocke, ey Ja Ich will das jetzt schaffen Ich will das jetzt schaffen 8 Meter 8 Meter Oh, wow, das funktioniert Einen musste ich umbringen Wo ist das denn hier? Ach, hast du schon in Ordnung? Ja War mitten im Flur, das Ding Mega-arschig Wo ist denn die, hä? Wo ist denn die letzte? Zwei haben wir noch, ne? Ja, ich seh aber nur eine Boah Oh, oh Hast du noch einen Dietrich? Ne Aber hier brauchen wir keinen Fünf Meter Warum rüber? Wird garantiert keiner hier sein Nö, garantiert Wer ist denn ein Nachbarhaus gerade sein? Nö, glaub ich nicht Oh, oh Wie, hier ist Alarm? Ja, die Drohne hatte mich Er fordert ab, weißt du, du hast die alle Scheiße, ey Komm mal Warum kannst denn nur du da machen? Das können sie mal gerne anders machen Das weiß ich, das weiß ich nicht Cool Was war nächstes? Plakate, ey Gut Vier haben wir schon Jetzt sagen die Plakate müssen wir auch noch aufhängen Das wär richtig, äh Boah, ist schon anstrengend, ey Dagegen ist fast nur froh Wir haben Kinder spielen, ne? Naja, das auf jeden Fall Ist so richtig taktisch Vorgehen, ey Oh Oh ja, moin, ey Ja, und zack, Sonnenbrand Sagen, ich renne da jetzt rüber, oder? Boah, ey Oh, super Hintab hier Was ist das denn? Och ne, hau ab, du Drohne Nein Nein, der geht da hier Ich hab alle Nein Nein, jetzt müssen wir die echt noch aufhängen Nein, bei B ist einer Wir müssen die Plakate noch alle aufhängen, ey Boah, wir sind so weit auseinander Zwischen uns ist genau ein Zombie Das kriegen wir doch eh wieder nicht hin Ey, ich hab nix mehr, ne? Gar nix Ich auch nicht Wie soll das funktionieren? E-Level können sie echt mal kürzer machen Ja Oh, super, hier ist auch noch eine, jawoll Gib ihn Da kommt eine hinter mir Die ganze Straße ist voll Über 120 Meter Ja In dem Labyrinth, ja, Labyrinth Wie willst du denn in dem Labyrinth jetzt noch sechs Sachen aufhängen? Oh Oh, moin Ah, der ist geistig ablesend Wow Verbannt Oh, Gott Bist du hinter mir? Ja Er versucht wieder die Leiter runter zu kommen Ja Ei, 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 ei So, wir das schaffen, ey, gut ab Eins Wird wahrscheinlich pro Plakat wieder einer sein Zumindest hab ich Kracher und ne Blendranate Ich hab nichts zu verband, nur Ach, kacke Ach, fuck, ey Hey Ah, schon Der erste hat mich schon Oh, der rennt ja auch wieder hinterher, ne Ich kann doch nichts abwerfen, ne Wieso ich denn da jetzt hinterher herkommen, ey Versuch mich mal zu verstecken Kort Hallucination Was ist diese Kisten, ey Vielleicht hat die so ne Auffüllkiste? Irgendwo ist ja einer Der war grad hinter mir, ja Ich weiß nicht, wo der hin ist Ich brauch, boah, ich brauch Waffen, ey Hinter dir, hinter dir Äh, über dir Und davon Und davon Aus dem Tunnel kommt auch noch einer Ja Kannst du vergessen hier, ey Oh Jo Ey, der war super klug Ey, was hat denn jetzt wieder? Alter, was ist das denn für ein Labyrinth hier? Im Tod Ja, ich auch Warum auch immer Jesus Ja, aber was ist das mit diesem Set, wo man dann die Gestalt sehen muss und so, was ist das? Keine Ahnung Irgendwann kommt das einfach im Level und du weißt nicht was los ist, da kannst du auch nichts gegen machen irgendwie Ja Jetzt geh ich da wieder rum wie so'n Lichtstutz Ich weiß nicht, wie viele hier sind Ja, und da kannst du doch noch nimmer dran vorbeischleichen, dann leck mich doch Genau Da kannst du nicht entkommen Keine Ahnung Komm Schließ die Augen Gehe ich hier da rum, da jetzt Vor allem, der schleppt mich da jetzt drei Stunden in den Topf Kann man denn, kriegt man dieses Level ab, ey, irgendwann mal Ja, du, du kriegst ein paar Punkte Wir haben ja viele erreicht, ey, also Und dann war noch der Level 4, ey Ja, ich find das voll wenig irgendwie Ja, ist auch Ey, ich würd sagen, für heute reicht Blackout Club, also Ja, langsam Ist die Geduld am Ende? Ja, 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 ich würd auch sagen, also Bin ich deiner Meinung Vielleicht sehen wir uns dann nochmal bei der neuen Aufnahme Wir schauen mal Genau Machs gut 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 Untertitelung des ZDF, 2020